Musik Das Sana Klinikum Hof gehört mit nahezu 500 Betten zu den größten Akutkrankenhäusern in Bayern. Jetzt nach Hof zum Verkehrsunfall auf der Anstreute Straße. Fast 1000 Mitarbeitern sind wir eine der größten Arbeitgeber der Region. Tag und Nacht kümmern wir uns um ihre Gesundheit. Musik Wir sorgen für den Nachwuchs. Jährlich bilden wir über 100 junge Menschen in Gesundheits- und Pflegeberufen aus. Neben attraktiven Arbeitsplätzen in einem hochinteressanten, zukunfts- und krisensicheren Arbeitsumfeld, bieten wir eine familienorientierte Personalpolitik und Unternehmenskultur. Um die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu fördern, bieten wir regelmäßig Gesundheitstage an und beteiligen uns an sportlichen Aktionen in der Region. Der neu gestaltete Herzkatheter, der blaue OP, die Notaufnahme oder die Palliativstation sind nur ausgewählte bauliche Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre. Unser Ziel ist es, der zentrale Gesundheitsdienstleister für die Menschen in dieser Region zu sein und auch zukünftig zu bleiben. Das Sana Klinikum Hof ist mit über 10 Fachabteilungen breit gefächert und erfüllt wohnortnah überörtliche Schwerpunktaufgaben. Dabei wird unser hochqualifiziertes Team von modernster Technik unterstützt. Dadurch können viele Eingriffe schonend durchgeführt werden. So kann zum Beispiel unsere Kardiologie im Herzkatheterlabor sämtliche gefäßerweiternden Verfahren durchführen. Zudem können mit örtlicher Betäubung Herzschrittmacher eingesetzt werden. Das Einsetzen von dem Amulett hat von Freitag früh um halb acht bis halb elf gedauert ungefähr. Die Operation war total problemlos und nach eineinhalb Tagen kann ich jetzt eigentlich nicht schon wieder heimgehen. Ich bin vollkommen zufrieden, bin gut aufgeklärt worden, bin mit den Ärzten, mit den Oberärzten, mit den Schwestern super zurechtgekommen. Jahr für Jahr begleiten wir rund 800 Babys auf ihrem Weg ins Leben. Dieser einzigartige Moment soll zu einem wunderbaren Erlebnis werden. Neben individuell gestalteten Entbindungsräumen bieten wir auch ein Familienzimmer an. Oberste Priorität ist für uns, dass Mutter und Kind sich wohlfühlen. Dafür sorgt unser gesamtes Team. Neben bestmöglicher medizinischer und pflegerischer Betreuung trägt auch der Erhalt der Lebensqualität zur Genesung bei. In der Cafeteria kann man bei angenehmer Atmosphäre sich entspannen und den Klinikalltag mal hinter sich lassen. Aber auch der schöne Park lädt zu einem Spaziergang an der frischen Luft ein. Und das bedeutet für die Patienten eine große Bereicherung. Gesundheit ist Lebensqualität. Dafür steht das Sana Klinikum Hof. Wir sind Ihr kompetenter Partner in allen Fragen rund um die Gesundheit. Besuchen Sie uns im Internet. Sana Klinikum Hof. Wann immer das Leben uns braucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020